Und was für ein Glück, dass ich einen eingebauten Schnorchel habe. Uh, ein bisschen Grissensjahr zieht einem alles zusammen. Uh, ein Schmetterling unter Glas ist ja schon was Albernes. Aber ein Haifisch unter Wasser erst. Diese dämlichen Picknickkörper, wozu die nur einen Deckel haben. Noch nichts im Rüssel gehabt und schon geht der Tag zur Neigung. Wie sagt Liu Te, alles fällt dem zu, der warten kann. Soll ich einen alten Chinesen Lügen strafen? Also wenn Sie mich fragen, wenn da ein Picknick stattfindet, dann taucht früher oder später eine Ameise auf. Also ich werde hier verweilen. Aha, das ist ja recht erfolgversprechend. Oh, habe ich heute Glück. So eine komplette Festversammlung ergibt ja verpackt und verschnürt einen Meter Ameise. Ja, von wegen, einen Unsinn reden die zusammen. Wen will denn der zum Narren halten? Da halte ich doch mal lieber selbst Ausschau. Ah, habe ich es mir doch gedacht, das köstlichste Wetter. Ich habe so fürchterlichen Hunger, dass während ich mich mit Ihnen unterhalte, sich mein Magen mit mir unterhält. Ein Vermögen, ach was, ein Königreich für eine kleine saftige Ameise. Adresse? 024 Bingo Straße? Oder war es 204 Bongo Platz? Oder Bimbo Allee? Natürlich, 402 Bongo Road.